Nein, kein Holz. Scheiße. Nein, so oft. Zu wenig Holz. Ich brauch 400, da kann ich mir eine Mühe... Uh, ich kann Kriegselefanten kriegen. Oh, Mann. Ich beneide dich gerade. Und hoffentlich hört man jetzt den LKW im Hintergrund nicht versuch. Noch bei mir Fenster auf. Ich hasse mich jetzt schon. Wieder aufbauen. Na komm, baue ich jetzt einfach. Ich muss mal eine Kaserne bauen. Ich liebe den Spruch. Okay. Er muss mal einen von meinen Bauern anklicken. Ich bin gerade ein Speer. Ich bin gerade ein Speer. Ah, wie cool ist das denn? Egal. Ich habe einen Speer. Ich bin gerade ein Speer. Ach, was ist das denn? Ja, ich bin gerade ein Speer. 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 Mein Problem ist eigentlich immer noch Holz. So, warum auch immer ich jetzt sieben Fischer habe. Zehn Fischer sogar schon. So, ich hab jetzt noch nichts. Ey, was macht denn der Buckelwahl? Innskölle? Ja. Oh, das ist ein Schatz. Oh, das wird von einem Schatzwächter bewacht. Ups. Oh, das ist ein Schatzwächter. Der Sammle-Hieber-Fisch. Der Sammle-Hieber-Fisch. Oh. Was greifst du gerade an? Nee, er greift mich an. Okay. Einheiten ausbilden. Oh, ich werde auch gerade angegriffen. Verdammt. Ich werde gleich überrannt. Ja. Du kannst Einheiten ausbilden gerade für mich. Ich hab total vergessen, Einheiten gerade zu bauen. Fährt euch doch mal, ihr blöden Bauern. Okay, mein... Mal, mein... Obachter da. Ja, wobei ich die eigentlich relativ... Ich habe jetzt kaum mehr Einheiten. Der bekommt ja die ganze Zeit Einheiten. Oh, ich habe total vergessen, Verteidigung zu bauen. Verdammt. Ich rede gerade richtig viel aus. Oh, ich habe jetzt wieder eine kleine Armee. Boah, von zehn Bauern hat, äh, echt einer überlebt. Boah. Das war richtig krass, ne? Ja. Ich brauche ganz schnell was zu essen. Komm, komm, gib mir, gib mir Foodie. Und ich brauche eine Kaserne. Oder nehme ich lieber eine Burg? 30, komm, noch 30. Und... Ich bin jetzt... Ähm... Oberfeldwebel. Ja. Boah, da gammeln schon wieder welche rum von mir. Ja, ich bin jetzt gar nicht im dritten Zeitalter. Die Fischer gammeln bei mir die ganze Zeit nur rum. Ich habe von jedem etwas ausgebildet. Ähm, ne, von jedem ein bisschen, was ist, äh, bei den Japanern doof. Also, doof im Sinne von sinnlos. Kann ich denn eine zweite Stadthalle bauen? Nö, natürlich nicht. Kloster brauche ich nicht. Hattest du euch damit? Beten können wir in Wonders. Was ist das denn? Marathen-Katter? Indianer bot mit Angriffsstärke das ein. Haha, geil. Atakumbe. Oh, ich werde angegriffen von den gelben. Ja, wurde ich eben auch. Hä, wir sind ja da durchgekommen. What? Okay. Die sind von mir wahrscheinlich gekommen. Schaffst du's? Äh, wird eng. Hä, wieso du hast ja da eine kleine Armee? Ja, kommt ja gerade. Ich werde es aber auch locker schaffen. Okay, gut. Ja, ich bin nämlich gerade erst dabei, meine Armee aufzubauen. Äh, ich glaube jetzt meine Filtern ist, oh mein... Warte. Scheiße, naja, okay. Den ganzen Abend. Ja, schaffst du's jetzt oder nicht? Ja, also da ist noch eine Lieder in der Armee, das halt bei mir ist. Äh. Ja, es wird eng. Okay, meine Kasean und Schrott. Okay, ich schick dir mal Leute rüber. Oh, wer letztet. Oh. Die haben so viele Bogenschützen da unten, das ist einfach abnormal. So, krieg' ich mal ein paar Einheiten hier. Junge, Junge, Junge. Was können die eigentlich nicht? Ähm, hab ich, jetzt hab ich ein Reiter aus? Na egal. Ich baue schon ein paar Reiter aus. So. Meine, äh, fast alle meine Dorfbogen haben getötet. Da war ich ein bisschen zu... Okay. Dann Turmgrad noch gebaut. Wo ist die Reiter? Boah, Mann. Ja, das solltest du schaffen. Ja, solltest du schaffen. So, hast du noch irgendwo welche? Ja, unten ist doch ein Reiter. Na egal, schaff ich nicht eins zu holen. Kann ich mal wieder zurückziehen? Ja. Gut. Sieben. Acht. Toll, jetzt fehlt mir auch noch einer. Ja, die wurden unterwegs noch mal wieder überfallen. Also, du hast da noch welche liegen. Wo sind meine Helden eigentlich? Beide stehen da oben, oder? Ich glaube, beide meiner Helden sind tot. Das da mache ich. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins. Ich hab mich schon wieder an, ne? Ja, richtig. Ja, ich... Ja, jetzt mittlerweile... Kavallerie. Ich hab zwei Reiterstelle gebraucht. So, du darfst da mitbauen. Ich hab zwei Stelle gerade gebaut. Boah, wie geil ist das denn? Davon baue ich mir noch ein paar mehr. Hihi. Guck mal bei meinem Hafen hin. Ja, haha. Katsche. Dein Hafen. Oh, die greifen gerade meinen Handelsposten da an. Ja, egal. Wo ist denn, ne? Lass sie einfach. Du kriegst so auch genug. So, einer Gold, einer da. Ja, da kommt er schon. Ähm, unterstützen wir jetzt nicht. Brauchst du die wirklich, oder? Heddy, das packst du doch. Was machst du mit deinem Rohr? Was machst du mit deinem Rohstoffen die ganze Zeit? Ich will gerade noch welche aus. Äh, ich hab leider nicht genug Geld, als dass ich dir so viel schicken kann, leider. Ich hab jetzt Armbrustschützen ausgebildet. Oh, die haben es geschafft sogar. Cool. Also kann ich mal wieder zurückziehen. So, ich muss mal gucken, was ich mir nochmal so schönes kaufen kann hier. Oh Gott, ist das geklaut. Oh Gott, ist das geklaut. Warte. Die Boden. Was bringt der? Äh. Oh, der bringt, der will auch was bringen. Was jetzt noch? Na los. Ein Dorfzentrum. So, warte mal, sind hier jetzt schon 10 drinne? Ja. Ich geb dir nen Tipp, ähm, baue diese Felder. Die du bauen kannst. Mühle? Äh, ja, ich glaub, das heißt bei dir Mühle. Äh, die bringen's richtig. So. Ui, mein Armee ist fertig. Oh Gott, was heißt bei dir Armee? Guck doch mal. Fünf von den Schiffen. Und weißt du, was mieses ist? Die Dinger, die können selber Einheiten ausbilden. Ja, läuft bei dir, ne? Also die, deine Zeit, die wir eigentlich brauchen, äh, die du bauen hast, haben wir schon. Ja, was denkst du, warum ich jetzt so langsam losziehe? Was? So, auf welchem Schiff wird das denn jetzt ausgebildet? Wird das ernsthaft nur auf ein einzigen Schiffe ausgebildet? Ich brauch mehr Holz. Cool. Hä? Oh, der hat einen geflückt. Da war grad ein Schiff von denen. Baut der da? Keine Ahnung, was der baut. Ich, ich schick schon mal eine Kanone hin. Guck dir das mal bei mir an. Bam, 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 bam. Deine Armee. Ey, das ist mieses, ich kann nicht, äh, wirklich ausbilden. Also ich kann zwar ausbilden, aber nicht ausbilden. Aber jetzt kommt der schon wieder an. Hä, wieso, was denn? Bist du schweig angegriffen, oder was? Und grün. Von beiden Seiten wär ich gerade angegriffen. Ernsthaft? Jo. Soll ich vorbeikommen? Jo. Hey, du rennst doch die ganze Zeit vor und lässt deine Einheiten killen. Hey, das packst du da doch. Ja doch, ja, gerade. Ja, es war aus, als ob ich das mich noch fuhre. Oh, ey. Mach nicht immer so'n Herrmann. Mach nicht immer so'n Herrmann, Harald. Boah, hast du wieder ein Holzfäller, der nicht arbeitet. So, und ihr fünf dürft mir jetzt mal einen Reiterstall bauen. Zwei hier. Kann ich noch irgendwas erforschen? Jo, die kann ich upgraden. Da kann ich nichts mehr upgraden, da kann ich noch was upgraden. So, meine Schiffchen. Jetzt müssen wir nur noch... Ah! Gefunden! Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir nur noch deren Hafen finden. Funden. Jo. Weil... Weil irgendwie sind die Kriegsschiffe doof. Du bist ja ein einzelner Bogenschütze, warum... Ähm... Oh, schwere Kriegsschiffe. Die gefallen mir. Schwere Kriegsschiffe sind immer toll. Boah, ne? Ähm... Erst. Boom. So. Ich bin gleich im vierten Zeitalter. Nein, es kommt auch noch mit Kriegsschiffen an, ey. Das ist irgendwie logisch, irgendwann. Na, das ist ja noch. Ich hoffe, der hat da keine Landtruppen. Äh... Nicht jedes Kriegsschiff kann Landtruppen bewegen. Er soll meinen Hafen kaputt machen, ist mir doch egal. Ähm... So rennen wir den gleich erstmal über Land. Kurze Sache. Äh... Guck mal bitte... ...zu meinem Hafen. Oh, was ist das? Das ist mein schweres Kriegsschiff. Oh, Gott. Über Kanonen. Vor allem weißt du, was der Skill von dem ist? Feuert alle Kanonen gleichzeitig. Ach so, ja, okay. Was, ich werde angegriffen? Wo? Oh, wie süß. Wie süß. Wir müssen die jetzt nur überrennen. Wie süß. , wie süß. Wie süß? Untertitelung des ZDF, 2020